Ein weiches Thermo-Hemd Oh mein Gott, was ist das? Was denn jetzt? Ja, siehst du schon, haben wir einen Abtrünnig Brauchst du uns auf das scheiß Ding zu schießen Äh... Schießen die auf mich Ehh, jetzt sind wir abtrünnig Ja Oh, da hinten ist... Wir können da welche ein bisschen bearbeiten Die die da gerade zu tun haben, rein theoretisch Wollen wir? Hab ihn angegriffen Sie haben sich von der Division losgesagt Und sind jetzt als Abtrünniger gekennzeichnet Hab ihn So, weg von den Menschen hier Wir sind jetzt abtrünnig Oh Wir müssen jetzt hier irgendwie Zusehen Dass wir nicht unbedingt im Spiel über den Weg laufen Wenn doch Nein, diese Sackgasse Ach du Scheiße Ach du Scheiße Komm, der brennt noch Komm, der brennt noch Der lebt noch Weg hier, Alter Weg hier Hat der was gedroppt? Nein Oder? Hat der was liegen lassen? Nein, auf der Karte wird nichts angezeigt Der hat auch nichts, der ist gerade reingekommen erst Der kann gleich wieder kommen, das ist das Problem Da sollte man nicht unbedingt Richtung Abpolpunkt laufen Ja, das ist mir schon richtig Laufen wir gerade Richtung Abpolpunkt Das ist mir eine Seitengasse wahrscheinlich Ja, ich Wenn du eine siehst, sag mir bitte Bescheid Hier ist die Abpolzone Dann rennen wir hier links rein Ja Ja Lassen uns rechts reinrennen Oder geradeaus zu Hier können wir uns doch auch verkampen Ja Ja Dann bleiben wir hier hinten Null Ausweichmöglichkeiten Yeah Sie haben überlebt Da kriegst du dann halt Belohnung für Je nachdem was für ein Status du hast Wenn du Most Wanted bist Dann kriegst du ja 800 oder so Heute gesammelt 135 Das war immer mehr So, jetzt können wir wieder los Hier sind wir keine Dings mehr Irgendwas macht der da? Dann bleibt gleich stehen Dann kriegt der gleich ein Headshot Und? Wollen wir? Na ja klar Schnell, du musst dir nachhaken Bevor der sich heilen kann, man Schnell, zurück drauf Und was sie klaut Den musst du erschlagen Musst du den nämlich Wie denn? Mit Tab Tabo, okay Achtung Ui Neh mir ist grad was eingeschlagen Warnung Die Daten deuten auf ein Wo gehst du hin? Da kasse Da ist wieder Wo willst du denn sind? Da kommt schon der erste Ich bin down Ich komm noch hinten Pass auf, der kommt, der kommt, der kommt Ich bin down Fuck Fuck Drei Stück Drei Stück Boah Lack Ich hole dich Ich hole dich Warte Ich hole dich Warte Die Ladung Die Ladung ist gesichert Abholung abgeschlossen Der hat das Ding zu mir geschmissen Alter Er ist tot, ne? Oh, wir klettern hier hoch hin Nein Hat der mich jetzt von hinten angeschossen, die Hure? Du startest Feuer Rette mich Ich weiß ja nicht, warte mal Ja Boah Fick dich Der Meg hat mich tot gehauen Ja, schön Was ist er denn für ein Arsch? Ja, ich hab das Boah NPC, man Nein Hinter dir Der Spieler hat dich abgeknallt Ja 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 Vor dir waren äh Ich hab den Spieler doch beschossen Du hättest mich erstmal zurückholen sollen Der hat doch nicht mit Absicht auf mich geballert Achso Das weiß ich ja nicht Ich hab doch den NPC geschossen Aufpassen Pass auf, die hauen ordentlich rein Die spawnen schon wieder Links Links, 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 links Oh, du guckst in eine Richtung, ne? Oh, meine Fresse Sind wieder alle da Oh, scheiße Warte, er rennt Aufpassen, links von dir ist Sniper Ich renne an die Fensterecke Nichts, es ist sicher Sollte es nur mehr Meist du mir wie in der Welt Naar und wer es nicht Naar, hast du Müll Ja, ja War dann Das ist der erste Einmal Das ist Boah, die sind wieder alle da Fuck Boah, da ist ein Klatsch Ist ein Dingens Oh, fuck, fuck, fuck Oh, ich brauch schnell Hilfe Ich komm schnell zu dir Drück einfach F jetzt, wenn ich da bin Danke Klatsch ist fast down Unser Oh Ich bin voll. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Derbel? Hm? Ich bin voll. Hey, ich muss erstmal runterrennen, ich muss immer sammeln. Okay. Ein Gegner? Ne, zwei sind noch da. Ich muss ein, links einsammeln. Was willst du? Ich seh halt nichts mehr, aber mir wird nichts mehr angezeigt zum Einsammeln. Noch hier oben. Okay. Gut, lass mal runter, ich muss abgeben, ich bin voll nicht. Blau. Blau. Warte, nee, blau muss ich noch mitnehmen. Wer denn? Ab geht er. Oh, ne M44 Karabiner. Im Blau, Alter. Ja, weg hier, abgeben. Hier ist halt alles sowas von tot. Nein, 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 nein. Hä? Ich bin abtrünnig angeblich. Bin ich denn jetzt abtrünnig? Ich weiß es auch nicht. Warnung, ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Alter. Mein ACR Sturm hier wäre weg, oder was? Nein, nein. Und Objekte. Klar. Warum denn? Warum bin ich abtrünnig? Ich habe doch diese scheiß Dinger geschossen, Alter. Ja, durch dich bin ich abtrünnig geworden. Du hast wahrscheinlich aus Versehen jemanden anders erwischt. Beginn Paketabholung. NPCs. Nee. Nee. 15 Sekunden. Wen haben wir denn jetzt abgeknallt? Oh. So, haben wir. Der ist jetzt nicht schon wieder abgehorn, der Heli. Oh, ich kratze gleich. Glas, ja, ja. Und wirf dann bitte gleich wieder, wenn das Ding kommt, deinen komischen Schutztypen dahin. Schutztypen? Ja, dieses Tech-Teil da. Kommen hier nochmal welche, Alter. Ja, ja, sag ich ja. So, das Ding kommt. Aufpassen. Aufpassen, wir sind abtrünnig. Ja, weil das Ding, weil der auf das Ding geschossen hat. Mann, ey, was für'n Pfosten. Aufpassen. Äh. Der hat jetzt auch was geschossen. Mann, häng doch nicht da. Hier, drück F. Oder mach den kalt da, den Typen. Scheiße. Ich bin abtrünnig gestorben. Nichts, nichts. Ich hab alles verloren. Ja, ich werd auch alles verlieren. Ich hab vier Dark-Zone-Keys verloren gerade. Wir müssen aufpassen, lieber nicht schießen. Ja, klack. Ihr blöden Wichser. Ey, siehst du das meine ich? Die schießen auf das Teil. Das Teil schießt dann zurück. Aufpassen, da ist noch der super Flammenwerfer-Typ mit bei, ne? Ja, super. Da kommt er. Scheiße. Auf die Gasflasche. Oh, die bist ein bisschen zu nahe dran. Oh, es sind zwei davon da. Fuck. Oh. Bisschen weiter nach hinten verschieben. Nein, ich versuch's. Keine Munition mehr. Warte, ich hol dich schnell. Schnell, komm, 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 komm. Oh, fuck. Ich hab keine Munition mehr für die Knarre. Zu nahe. Knarre leer, Alter. Ich würde nicht. Pass auf, Sniper. Ist noch jemand low? Nö. Ich hab keine Munition mehr für die Knarre. Fuck. Da sind noch mehrere hier, ne? Ja, der muss aufpassen, der schmeißt auch so ein Dings hin. Ja. Selbstschussgerät. Ich glaube das war's. Inventar ist voll. Gleich wieder ein Geier hier, ne? Was? Nein, leider nicht zu uns gehört. Achso. Gleich versuchen wir wieder den Kifte... Ah, die Kiste ist nicht da... Ach man ey. Ist alles schon voll? Ja. Tja, wäre da ne Bombe. Wäre ne Bombe jetzt so nett, der diese Ratte war. Ja ja, na ja. Warum versteckt ihr abtrünnigen euch denn? Mensch, erst jemanden abknallen und dann verstecken gehen. Wat für ne Lutscher. Hallo, holen wir's uns. Wir sind wieder abtrünnig. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Schlag ihn los. Sie haben einen abtrünnigen Agenten neutralisiert. Was? Das gibt Punkte, Junge. Die ergeben sich. Trotzdem erschießen? Ich weiß es nicht. Wenn Max schießt, ja. Ah ne, lass, lass da hin, lass da hin. Das ist echt assi, aber... Ich war's diesmal nicht. Hey, was machen sie mit uns auch? Die Fixer. Ja gut, lass uns wieder runter gehen. Gucken wir gleich wieder mal im Untergrund, ne. Machen sie mit mir auch, wenn ich aus Versehen einen anrotze. Hätte ich auch immer gleich erschossen. Server voll. Gruppe wird nach. Übertragen. Hä? Willst du annehmen, oder was? Ne, ich kann nicht übernehmen. Phasenübergang abgeschlossen. Oh, fuck. Wir sind direkt Abtrünnige. Gegner. Bei mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin... Warte mal. Warte mal. Ich seh dich, ja. Ich bin... Ich bin mal in deine Richtung. Aber den Phasenübergang beim vollen Server haben sie greibungslos hingekriegt, ne? Ja. Da merkst du ja nicht mal was von. Außer, dass auf einmal Abtrünnige neben dir stehen. Oh oh. Guck mal. Abtrünniger. Mhm. Leid hin. 90 Sekunden noch. Ich bin im Haus drin. Ach ne, hier laufen sie. Ich renne hin. Halt meine Flanke frei. Genau, sehr schön. So ist er schnell? Ey, du bist ein Spinner. Warum? Weil es total bescheuert aussieht. Mach du mal. Wie denn? Was machst du denn? Ja, einfach nur die rechte Maustaste so. Flame. Ganz schnell, ganz schnell drücken. Hello, Jummer. Ja. Wie beim Keulen. Wie beim Keulen. Hörn wir hart gehen. Idiot ey. Weiches Thermohemd. Oh mein Gott. Was denn jetzt? Da. Siehst du schon, haben wir einen Abtrünnigen. Du brauchst bloß auf das scheiß Ding zu schießen. Äh. Siehst denn der um mich? Ey. Jetzt sind wir abtrünnig. Ja. Okay, versteckt euch. Alarm. Verbündeter Division Agent getroffen. Ah, toll. Warum bist du jetzt so schnell die Storm? Weil er genau, weil drei Leute nebengestanden. Ja, genau. Neun. Meine Fresse ey. Die Kackspasten scheiße wieder. Meine. 900. Ey. Ich habe gerade tausend Dings Rubel verloren hier. Mein Fazit bisher ist positiv. Also ein Spiel wie das jetzt selbst, so habe ich in der Art noch nicht. Noch nicht gespielt. Gerade mit den MMO-Elementen. Bei nem Shooter finde ich das sehr interessant. Ja. Also ich bin immer noch. Ich würde jetzt auch am liebsten die ganze Zeit weiterspielen. Aber. Aber an sich. Es fesselt mich. Ich bin den ganzen Tag dran. Ich habe auch gar nicht den Nerv jetzt großartig was anderes zu spielen. Das ist immer schon ein guter Indikator. Wenn mich etwas wirklich so lange begeistert. Obwohl ich eigentlich an sich ja gar nicht viel Content habe gerade. Hier und da gibt es zwar ein paar kleine Macken. Aber das hat jedes Spiel. Weil. Da ich Daisy spiele hauptsächlich. Machen mir so kleinere Macken eigentlich gar nichts aus. Wie Geld haben wir denn jetzt? 602. Ich brauche 900. Noch. Scheiße. Ach. Leck mich. Ich habe keinen Bock. Ich sterbe. Lisa. Packet abholung. Ja ja beginnen. Das überlebe ich doch wieder nicht. Scheiße. Und das war's. Okay. Ich hol jetzt doch den Scheißer weg, oder was? Es regt mich das auf, ne? Es regt mich so auf. Lass mich doch erstmal... Oh, Alter, ich raste aus. Meine Güte, es sind wieder so viele da. Boah, Alter. Wird nervt. Wird nervt, einfach nur. Wo? Warte. Boah. Doppelt. Leute, das ist nicht der Ernst, ne? Wie soll ich mich denn dagegen noch schützen? Wie soll ich mich vielleicht nicht mehr verstanden? Wie soll ich die Tage machen? Wie soll ich die Tage wieder dauern? Wie soll ich den Weg machen? und du bist raus gut ja ich hoffe das hat euch gefallen oder was auch immer ich bin echt fertig gerade deswegen tun mir die Worte am Ende jetzt leid ich wünsche euch erstmal was auch noch einen schönen Abend wie gesagt ich mache jetzt erstmal Pause und damit verabschiede ich mich erstmal alles klar haut rein wir können wir sehen uns wie gesagt und dann wir sind wir sind 良 zu ig Bis zum nächsten Mal.